Herzlich Willkommen in Ihrer kieferorthopädischen Fachpraxis Thomas & Thomas in Leer, Ostfriesland, Hauptstraße 13. Fühlen Sie sich von Anfang an wohl in unserer Praxis. Zahnfehlstellungen kennen kein Alter und können jederzeit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen reguliert werden. Gerne stellen wir Ihnen unsere modernen, ganzheitlichen Behandlungsmethoden vor. Wir freuen uns auf Sie!